Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung! Dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lese Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. Das war doch letztens noch nicht so. Okay. Was haben wir denn vor? Was haben wir denn vor? Wir haben ein... Ja gut, wir haben momentan hier... Könnten wir wieder ein Rezept machen, ne? Richtig. Ein... oder ein neues Video. Ich glaube, da waren ja noch Rezepte, die auf 100 waren. Ja, hier das und das. Was haben wir denn hier schon gemacht? Na, da haben wir schon alles. Ah, okay, weg mit dem vegetarischen Zeug. Aber hier haben wir auch schon alles. Hm, das heißt, eigentlich egal. Die Rezepte sind schon, ja, ausgelutscht. Dann machen wir nochmal Kochtipps. Folge 2. Utensil. Das gute alte Anfängermesser. Und hallo, Mamas Mikrowelle. Ne, weil, wenn wir ja eh die Möglichkeit haben, das ist ja, äh, ja, Videos, wenn die in Mache sind, dann dauert das natürlich, bis die gerendert sind und hochgeladen sind. Da wird unser Computer in der Zeit blockiert. Da kann man dann... Oh, guck mal, das ist alles anders jetzt hier. Oder? Aha. Gab es wohl einen interessanten Patch. Jetzt müsste ich natürlich mal gucken, ob jetzt die Möglichkeit besteht, auch die, ähm, nächste Karriere, nämlich, äh, was ist es? Äh, Lifestyle, glaube ich. Das war nämlich noch nicht freigeschaltet. Eine Zutat fällt auf den Boden, aber du fändest sie trotzdem. Ah, hier. Ah. Und ein sinnloser Kommentar. Nein, hier, ein ernster Kommentar. Das gibt nämlich, äh, doppelt, doppelt hier. Äh, nicht doppelt, okay. Ein mehr. So. Genau, und dann ab an den PC. Ja, jetzt muss ich mich erstmal hier gewöhnen. Das sieht aber noch aus wie, wie immer, oder? Hier, äh, fühlt sich an... Oh, jetzt, das kriegen wir aber nicht so ganz hin. Hier. Können wir das auch am Ende lassen, oder was? Dann mach ich's doch lieber so. Ähm, punktemäßig können wir jetzt ja mittlerweile alles machen, denn wir haben ja aufgerüstet. In der letzten Folge war das. Guck mal hier, ich hab schon voll gut Skript und so. So. Zurück in die Schule. Ja, da das Ding ja jetzt wirklich, äh, äh, ja, rendert und, äh, bearbeitet wird und danach hochgeladen wird. Ach, ich hasse es. Ich muss das immer gerade haben. Können wir natürlich hier ein paar, äh, Sachen erledigen. Gute Noten werden wir wahrscheinlich nicht mehr erledigen. Aber, das hier. So. Ja, es ist echt alles so ein bisschen anders. Ich würde sagen, ja, das ist schön. Schlafen gehen und dann essen. Wir haben Mitte Februar. Wir werden natürlich, oder wir wollen natürlich, äh, was gibt es zu essen? Magst du moderne oder auch lieber klassische Gerichte? Kaufe die passenden Utensilien und Zutaten und stelle dein Lieblingsrezept zusammen. Mhm. Wollen natürlich auch ein bisschen Geld zusammensparen und dann hier wirklich aus, äh, Hotel Mama ausziehen. In unsere erste eigene Bude. Da sind wir dann, so viel kann ich schon mal verraten, für unser Essen auf jeden Fall selber verantwortlich. Also da geht es dann nicht mehr. Einfach so easy peasy zum Kühlschrank, ne, und zugreifen. So wie in Wirklichkeit. Ist nicht, Leute. Verkappt habt ihr. Ja, ja. So, was machen wir denn jetzt? Hier gibt es Kommentare. Der beste Teil dieses Videos ist das Skript. Ja, habe ich mir auch Mühe gegeben. Was für ein tolles Rezept. Im Internet sprechen alle davon. Alle. Danke, Kendra. Als Utensil anfangen, das habe ich auch zu Hause. Perfekte Wahl. Ja, perfekt. Ich hätte ein anderes Koch-Utensil verwendet. Das ist klar. Ja, Mamas Mikrowelle ist aber im Moment noch das, was einfach, ähm, was können wir denn dann noch so, vielleicht einen Ofen einkaufen? Oder geht das hier in der Butze überhaupt? Ich weiß es nicht. Gadgets oder hier? Gucken wir mal hier. Nee, hier kaufen wir einfach nur, ähm, Mamas Mikrowelle, ja. Hier haben wir auch schon alles. Ja, da müssen wir natürlich gucken, ob wir mit dem Umzug da ein bisschen mehr freischalten. Im Moment bleibt einfach nur Mamas Mikrowelle. Ist so, ist so. Noch mal ein bisschen arbeiten gehen. Ein bisschen Cash verdienen hier. Zeitung austragen. Sechs Stunden. Aber gibt wenigstens 35 Dollar und bringt uns unserem Ziel ein bisschen näher. Ich will nicht direkt mit, äh, 160 Dollar, ähm, umziehen, sondern halt noch ein paar Dollar wirklich, obwohl wir kriegen, glaube ich, welche, ne? Wenn wir, aber wir zehren das jetzt noch ein paar Tage raus. Also, im Moment, äh, möchte ich das eigentlich nicht. Äh, er erzählt hier gerade, ne? Das ist, er berichtet ja von seinem Leben, ne? Monatliche Miete, bla bla bla. Äh, wir haben natürlich einen viel besseren Internetanschluss. Das heißt, das Hochladen der Videos wird schneller sein. Weiterhin bleibt nur ein Arbeitsplatz. Kochen gratis? Nee, nee. Ist von dir bezahlt. Lernen? Ja. Müssen wir nicht mehr. Das ist das Gute. Wir können Kurse besuchen, die uns dann, äh, in den Skills verbessern. Das werdet ihr dann schon sehen. Und wir haben einen Mitbewohner. Ähm, ich glaube, wir kriegen sogar Geld, wenn wir umziehen. Aber ich, ich möchte jetzt erstmal tatsächlich noch ein paar Tage nicht. Denn, äh, bei Mama ist, äh, immer noch am schönsten, ne? Oder? So, äh, machen wir noch ein Video oder gehen wir pennen? Ich weiß es noch nicht. Wir können doch auch, warte mal, natürlich Fleischliebhaber. Dann nehmen wir die Gute Schweine. Denn wir haben nämlich ja, ähm, tatsächlich was freigeschaltet. Nämlich, äh, einen weiteren, äh, Slot, sage ich jetzt mal, ne? Was haltet ihr denn davon? Hier schön mit Zwiebeln, Champignons. Oder Zwiebeln und Reis. Aber Reis ist, glaube ich, oh, der wird, der ist schwer. Der ist schwer, ne? Wir müssen noch auf das Gewicht achten. Hm, Reis und Pfeffer wäre auch noch eine Idee. Ja, Zwiebeln geht nicht mehr. Nein, nein, nein. Hm, Reis und Pfeffer. Rezeptname. Das Ding heißt, Lände mit Reis. Ah, äh, äh, ein bisschen auffrischen, das Ganze, oder? Mit Pfefferreis. Ah, Lände mit Pfefferreis. Naja, kreativ ist anders, aber egal. So, das Rezept haben wir jetzt. Dann gehen wir mal auf neues Video. Oh, guck mal, da ist ja gar kein Interesse daran. Alle reden über dieses Rezept. Sehe ich irgendwie gar nicht. Naja, machen wir mal. Wir machen eine Rezepterklärung. Das gute Anfängermesser, Mamas Mikrowelle und BÄM! Rezept erklären, Lände mit Pfefferreis, Folge 1. Schön. Sehr schön. Du machst den Kochtisch dauer. Ja, winkende Begrüßung wäre ganz angemessen, finde ich. Winkt er auch? Nein, er winkt nicht. Okay. Ah, lustiger Kommentar. Wir sehen ja hier, das Zeichen sagt uns ja, was jetzt gut ankommt. Leider hat er keinen Braun mit dabei, sonst hätte er das mal Zweige für ihr gehabt. Ein professioneller Kommentar. Gibt auch nochmal ein paar Pünktchen extra. Und jetzt hier ein unlustiger Kommentar. Aber da würde ich den hier nehmen, weil dann gehen wir nämlich auf 3 und 2. Pa, pa, da, pa, pa. Und manchmal das Mikrowelle brennt. Sagt komisch aus. Und so ist es dann halt, ja, dass man immer besser in Schwung kommt. Dass man immer bessere Videos drehen kann, die qualitativ immer hochwertiger sind. Also so komplett das Gegenteil von dem, was wir hier gerade auf meinem Kanal erleben. Nein, bitte. Ja, hochladen das Ding. Du spielst dieses Spiel, bei dem man Bonbons kaputt machen muss, das dir so gefällt. Aber, Mann, Level 474 ist einfach nicht zu schaffen. Keine Ahnung. Ja, sehr schön. Entschuldigung. Hier kommen wir jetzt, seht ihr, mit diesem Zeichen urheberrecht geschütztes Musikvideo könnten wir jetzt einbinden. Machen wir aber erst mal nicht. Wir machen jetzt den Abspann. Also die Karte, die wir gewählt haben. So, ich würde sagen, es ist Schlafenzeit. So lange das Video auch schon wieder rendert, kann der hier ein bisschen pennen gehen. und dann würde ich sagen, ist Futter dran. Also wie in Wirklichkeit. Wie viel Uhr haben wir? Irgendwo war doch eine Uhrzeit. Ich glaube, sieben Uhr ist das richtig. Mama ist immer wach übrigens. Mama ist ein fleißiges Bienchen. Papa ist nicht da, aber, oder der wohnt hier in der Wäschekammer. Was ist das denn? Das sieht ja aus, als würde das hier so ein Schacht nach unten gehen. Sehr eigenartig, oder? Nun gut. Video wäre gleich fertig. Da könnte ich doch direkt nochmal eins nachlegen. Die Kommentare sparen wir uns jetzt mal. Nämlich ein Kochtipp-Video. Hat er nicht genommen. Ach doch, klar. Es ist ja null. Upsi. Die Mikrohle hat er aber jetzt nicht genommen. So. Lende mit Pfeffereis Kochtipps. Ja, ich freue mich. Ich kriege richtig Hunger gerade. Richtig Appetit auf Lende mit Pfeffereis. So, winkende Begrüßung. Wir haben ja nicht die Wahl. Jetzt haben wir hier einen sinnlosen Kommentar. Oh, da gibt es irgendwelche Boni. Nein. Dann ist es egal. Wir nehmen mal den. Dann ist er auf 3,3. Das bringt uns hier natürlich schon einiges. Eine Zutat fällt auf den Boden. Ich würde den nehmen. Dann habe ich mindestens Braun schon mal einen. Jetzt wäre noch ein grüner Kommentar ganz cool. Aber Braun kriegt er doppelt. Tja, aber ich habe kein Grün-Braun. Das wäre nämlich dann perfekt. Jetzt bin ich bei Grün schon drüber. Kriegt Braun nicht voll. Naja. Oh, Mama könnte wieder ein bisschen böse sein, weil ich nicht in der Schule bin. Aber wie gesagt, das ist uns jetzt erstmal vollkommen egal, denn so passt es nicht. So passt es. Denn interessiert uns nicht. Wir sind rebellisch. Pubertät und so. So, Skript sind bestimmt auf 14. Interaktion 19. Videoarbeitung 20. Sound müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Nachbearbeitung ist ja auch schon ganz gut. Schneiden, kochen, braten. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen besser werden. So, jetzt müssen wir uns hier die Standpauke von Mama anhören. Bitsi, bitsi, bitsi. Ja, nächste Woche wird besser. Wir sind auch schon am 19. Februar jetzt. Das heißt, wir können jetzt noch mal kurz arbeiten gehen. Ein bisschen Dollar noch mitnehmen. Autos? Wie Autos? Achso, Autos waschen wahrscheinlich. Ja, ne? Weiß ja nicht, was hier noch so los ist jetzt plötzlich. So, jetzt sind wir bei 220 Dollar. Jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal pennen und danach noch was futtern. Und dann passt es vom Timing her, glaube ich, ganz gut, wenn wir ausziehen. Oder was denkt ihr? Dann ist natürlich auch das Video fertig und dann können wir ausziehen. Und guck mal hier, mittlerweile verdienen wir tatsächlich schon über 9 Dollar gleich. jetzt mit unserem Rezept-Erklären-Video. Voll geil! Das sind schon ordentliche Sümmchen, finde ich. So, jetzt warten wir, bis das Video oben ist und dann ziehen wir aus. Was gibt es zu essen? Na, haben wir erledigt. So. Gute Noten werden wir nicht mehr erledigen. Zurück in die Schule auch nicht mehr. Wobei, ne, komm, möchte ich jetzt einfach nicht mehr. Oder? Nein. Wir ziehen jetzt aus. Ja, guck mal. 9 Dollar 21. So. Deine Freundschaft hat sich verbessert. Ja, das ist geil. So, ich würde sagen, der große Moment, wir ziehen um. Ah, ihr seht, die Kohle ist weg, aber wir haben noch 84 Dollar. Erste Miete oder die ersten Mieten sind, glaube ich, dann bezahlt. In genau diesem Raum habe ich realisiert, dass ich wirklich von YouTube leben könnte. Ich habe mich vollkommen meinem Kanal gewidmet und 50.000 Abonnenten erhalten. Wow. Hä? Sehe ich aber nicht so. Abgesehen davon hatte ich Zeit, Kurse zu belegen und meine Fähigkeiten als YouTuber zu trainieren. Trotzdem hatte ich noch andere Pflichten. Oder sind 50.000 hier das Ziel in der Bude? Ich war endlich in meiner neuen Wohnung. Jetzt, wo ich nicht mehr bei meinen Eltern lebte, wurde ich auch nicht mehr kontrolliert und konnte tun, was ich wollte. Aber es gab auch neue Aufgaben, die ich erledigen musste. Ja, in der Tat. Von da an konnte ich essen, was ich wollte. Ja. Öffne den Kühlschrank. Öffne den Kühlschrank. Ist ein Sandwich. Das mache ich doch gerne. Auch wenn ich satt bin. Ist egal. Bist du kotzt, mein Freund. Oh mein Gott, ich hatte nur zwei Sandwiches. Ich konnte durch meinen Kühlschrank mehr kaufen. Du kannst durch deinen Kühlschrank Essen kaufen. Na dann. Ach ja, bekomme 50.000 Abos. Okay, dann ist das das Ziel, was wir haben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ihr seht, die, die, zum Beispiel Energy Drink, welcher könnte das wohl sein? Der, den wir gar nicht mögen, bringt natürlich auch hier, ich sag mal, Frische, oder, oder Anti-Müdigkeit. Das heißt, ihr werdet da wieder wach. Das ist immer ganz praktisch. Nichtsdestotrotz möchte ich auf jeden Fall entweder Hotdog, wobei der bringt auch nur zwei. Salat ist schön und gut, aber Sandwich kostet nur zwei Dollar und ist am günstigsten, bringt zwei Punkte nach oben. So, dementsprechend nehmen wir da mal ein bisschen was. Und hier haben wir für 1,50 Limonade. Finde ich richtig gut. Bringt auch Frische zurück. So, sonst musste man immer in den Warenkorb, aber ich glaube, er hat jetzt, er hat das schon, oder? Ein Vorteil dieser neuen Wohnung war, dass ich nun dank der Kurse meine Fähigkeiten verbessern konnte. Ich konnte im Regal einen beliebten Kurs auswählen und neue Kochstile lernen. Entschuldigung. Ich konnte das Lernen jederzeit unterbrechen und wieder aufnehmen, indem ich zur Bibliothek zurückkehrte. Genau. Man geht da so hin und dann kauft man sich natürlich. Hier, das zum Beispiel, bringt dann 4 aufs Skript. Ihr seht, die Preise werden ein bisschen höher. Was ist das hier? Hm, den kenne ich noch nicht. Musik weiß ich, dass wir, oder Sound, dass wir da ein bisschen Probleme hatten. Das wird natürlich jetzt ein bisschen eng, wobei der hat ja echt von allem etwas. Finde ich eigentlich schon fast schöner. Aber ihr seht, ihr werdet gleich sehen, dass, wenn wir arbeiten gehen, dass wir viel mehr verdienen werden. Ja, Schitte, ne? Hier, machen wir mal Zeitung aus. Normalerweise ist das aber so. Wir, ähm, hier seht ihr den Balken. Ja, lassen wir mal ein bisschen lernen. Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist, äh, jetzt nicht mehr Mamas Mikrowelle, aber, oder, oder haben wir Mamas Mikrowelle einfach mitgenommen? Mama, äh, deine Mikrowelle, die nehme ich mal mit. so. Wobei, wenn man umzieht, wenn man seine erste Wohnung hat, ja, das ist das erste, was man da von seinen Eltern bekommt, oder? Ich überlege gerade, eins der ersten Utensilien war wirklich eine Mikrowelle. Hier, Mikrowelle, damit du überlebst. Damit du nicht stirbst. ich glaube wirklich, die hat auch sehr lange gehalten, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Wir haben uns, äh, glaube ich, letztes Jahr haben wir uns eine neue gekauft, weil ich der alten Mikrowelle nicht mehr getraut habe. Die war, die war komisch. Aber nicht so ha-ha-komisch, sondern so komisch, komisch. So, ihr seht, wir haben den Kurs beendet. Jetzt kriegen wir hier, Guck mal, Sound. Wir müssen wirklich Sound nachholen. Das ist also der nächste Kurs, den wir machen werden. Ja, jetzt nehmen wir diese Karte. Wir haben ja keine Wahl mehr und gehen Zeitung austragen, denn wir haben da noch, hm, mickrige 3,65. Das letzte Video hat übrigens, ihr seht es hier, nähert sich den 12-Dollar-Einnahmen. Das ist nice. Finde ich schön. Finde ich schön. Hier, Bücherwurm haben wir auch abgeschlossen. Pow, ein Kurs bestanden, haben wir gemacht. Du hast eine neue Videokategorie freigeschaltet. Ich habe angefangen, neue Zuschauer zu bekommen und hatte gleich das Bedürfnis, mich vor die Kamera zu setzen, um meine Gedanken mit ihnen zu teilen. Machen konnte ich das bei eigentlich jeder Veranstaltung. Ich musste einfach nur auf meinen Charakter klicken. Bitte eines Freundes. Ja, müssen wir mal gucken. Zwiebelschwieße vom Grill mit Champignons, Anfängermesser. Können wir. Wird er mir schicken. Das finde ich gut. Aber wir gehen jetzt erst mal pennen und dann klicken wir mal auf unseren Charakter. Ich weiß nämlich nicht, was er da genau von mir möchte. Ach, jetzt läuft da die Zeit. Okay. Das ist natürlich schön. Das Rezept haben wir. Wenn ich jetzt auf mich klicke, was dann? Habe ich nichts. Ja. Egal. Wir nehmen mal hier, ähm, was wollten die? Scheiße. Entschuldigung. Naja, Zwiebeln mit Spießchen, aber Kochtipps, ne? Ja, steht ja da. So, dann machen wir das noch, bevor wir dann hier dann Ende machen. Kochtipps, Anfängermesser und, ah, wir haben mal das Mikrowelle tatsächlich mitgenommen. Sehr gut. Sehr schön. So, diese Missionen, die ihr da bekommt, die sind immer sehr praktisch, weil die einfach, ähm, ja, viel Belohnung geben. Trotzdem noch die Einnahmen für das Video, ein Rezept kostenlos und, ja, da sollte man immer mitnehmen. jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde den nehmen, damit wir hier die Effekte schon mal voll bekommen. Und jetzt müssen wir uns auf Grün konzentrieren. Äh, Zwiebeln, oder Boden, dann machen wir mal den. Ich glaube, der bleibt nämlich bei lustig, genau. Du hast eine falsche Zutat verwendet. So, hier haben wir, ne, ihr seht's, zwei Grüne. Der gibt uns dann noch ein Extra, das heißt, wir erfüllen hier auch die Quote. Das wird ein gutes Video. Ich hab's im Urin. Wieso, komm, hüpf zum PC und dann wird gerendert. Render, render. So, ihr seht auch, wir haben jetzt mittlerweile hier, ähm, erheblich mehr Videos, äh, ich würde sagen, so, so, so und abschließend so. Da sollten wir immer noch alles hinbekommen. Ja, Bombe, das wird doch ein gutes Video. Interesse, 69, naja. So, hier auch der Schnelldurchlauf. Ah, wir sind auf Schneiden gestiegen. Cool. So, ein paar Dollar haben wir jetzt, wenn das hochgeladen ist, bekommen wir ja hier nochmal, was ist das? Na, das erfüllen wir doch auch direkt, wenn das Video hochgeladen ist. Ja, es gibt 54 Dollar, ne, das, und noch XP, sollte man wirklich mitnehmen. So, ach, hier kann man jetzt, äh, direkt nehmen, das ist ja praktisch. Sonst muss man immer rein, und dann, ja, das ist schlecht. Finde ich schön. Ihr seht, ne, die Frische nimmt zu. Das ist ganz cool, denn dann können wir tatsächlich nochmal, ich würde sagen, Autos waschen gehen. Ähm, beenden, aber an der Stelle würde ich sagen, wenn er jetzt nach Hause kommt, dann auch die Folge, sind 20 Minuten rum. Ähm, ja, wir sind umgezogen, das war doch schon mal ein Highlight. Jetzt nehmen wir nochmal hier die Karte mit, Intro mit Logo, du wirfst die Zutaten hinter dich. Nein, sowas machen wir nicht. Übergang in schwarze. Nehmen wir das Intro mit Logo. Und, äh, ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann, mit dem Video in der nächsten Folge weiter, oder? Bis dann. Ciao. Ja, Leute, das war es mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn in dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen, oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Godi LP beicellä. Bis zum nächsten Mal. Zähne. Bis zum nächsten Mal.